Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Feuer, Mumetall, Feuer, Feuer. Ja. Soren breitete die Flügel aus, schwang sich in die Lüfte und flog von einer Ecke der Burgruine zur anderen. Auf- und abzufliegen, hilft den Eulen beim Nachdenken. Gylfi gesellte sich zu ihm, was Soren freute. Wie oft hatten sie während ihrer Gefangenschaft in St. Egolius die Köpfe zusammengesteckt. Die anderen Eulen unten am Boden sahen ihn schweigend nach. Es dauerte eine ganze Weile. Dann kamen die beiden zu ihnen zurück. Kann man das Mu irgendwie von den Schreintüren entfernen? Wenn es ein weiches Metall ist, kann das ja nicht so schwer sein. Morgengrau flog zu dem Schrein hoch, packte die Türverkleidung mit dem Schnabel und versetzte ihr einen Ruck, der einem Fuchs das Genick gebrochen hätte. Mit seiner Beute kehrte er zu den Gefährten zurück. Sehr gut! Und jetzt legen wir die Kampfkrallen ab und fliegen zu dem Waldbrand, den Gylfi vorhin geortet hat. Leider haben wir keine Glutbehälter dabei. Kannst du die Muplatten zu einem Behältnis biegen, Morgengrau? Kein Problem! Beim Auf- und Abfliegen hatten sich Soren und Gylfi überlegt, wie man sich die abschirmende Wirkung des Mumetalls zunutze machen könnte. Da die Tupfenbeutel verschwunden waren, bestand die Gefahr, dass sich die Brigade unversehens in einem Teufelsdreieck wiederfand. Darum mussten sie sich als allererstes einen Glutvorrat zulegen. Wenn sie dann einen Beutel entdeckten, konnten sie die brennenden Holzstücke darüber abwerfen und die Tupfen unschädlich machen. Ein solches Dreieck war lebensgefährlich für alle Arten von Vögeln. Für Eulen, Adler und Möwen, ja auch für Krähen. So verabscheuenswert letztere auch sein mochten. Soren und seine Brigade mussten unbedingt dafür sorgen, dass es keinen Schaden anrichten konnte. Utulissa hoffte, dass sie mit ihrem geschulten Sinn für Druckschwankungen das Dreieck schon aus der Entfernung spüren würde. Darum sollte diesmal sie an der Spitze der Formation fliegen. Sie hatten sich so lange in der Burg aufgehalten, dass es schon Abend wurde. Nun warteten sie auf der eingestürzten Nordmauer der Burgkapelle darauf, dass die von dem Waldbrand aufsteigende Rauchwolke mit dem ersten Dunkel verschmolz. Soren wandte den Kopf und musterte seine Gefährten. Mit ihm waren sie zu sechst. Eine verschworene Gemeinschaft kluger, tatkräftiger Eulen, die entschlossen war, großes Unheil abzuwenden. Bald würden sie ihre Schwingen ausbreiten und ihren gefahrvollen Auftrag erfüllen. Die Verschollenen wiederzufinden, Unheil abzuwenden, das Böse zu bekämpfen und die besten Eigenschaften in jeder Eule zu wecken. Soren war der Anführer einer Brigade der Besten. Das war ihm bewusst. Im Stillen gelobte er alles zu tun, was in seiner Macht stand, um nicht nur Ezylryp wiederzufinden, sondern auch die ihm anvertrauten fünf Eulen wohlbehalten in den großen Garhulbaum zurückzubringen.